Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Carbonsäurederivate. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. 1. Überall Carbonsäurederivate. 2. Definition. 3. Reaktion mit Nukleophilen. 4. Reaktivität mit Nukleophilen. 5. Zusammenfassung. Um dieses Video gut verstehen zu können, solltet ihr die allgemeine Formel für Carbonsäuren kennen. Ihr solltet wissen, wo sich das nukleophile Zentrum an der Carboxylgruppe befindet. Und schließlich solltet ihr wissen, was ein nukleophiler Angriff ist. 1. Überall Carbonsäurederivate. Es gibt eine Fülle natürlicher Carbonsäuren. Nehmen wir zum Beispiel Carbonsäure. Carbonsäure ist ätzend. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.